Moin sind's YouTubes und herzlich willkommen zu GTA Online, neues DLC, neues Deadshow. Ich bin hier in meiner schönen Ommakarre, geil. Mit dabei haben wir den Maxi. Hallo. Und ich habe gerade schon mir ein VIP-Dings erstellt. Doberweise. Aber ich kann hier jetzt auf VIP-Server gehen, dann kann ich auf Leibwächter anheuern, Verwaltung, VIP-Aufträge, VIP-Fähigkeiten und zurücktreten gehen. Wir gehen einfach mal auf Leibwächter anheuern und nehmen Freunde. Ich habe dich gerade eingeladen als Leibwächter. Willkommen bei Sekurus, der VIP-Schutz. Ihre Aufgabe. Deine Aufgabe ist ja wahrscheinlich, mich zu beschützen oder so, ne? Ich habe so einen komischen gelben Kreis um mich drumherum. Verwaltung. Name Triple Style. VIP-Style. Drogenbaron. El Jaffe. Nehmen wir mal Drogenbaron, das ist eigentlich ganz cool. Ha, du bist Marco Polo. Eins, zwei, drei oder vier. Schieber, okay. Also ich habe auch so ein komisches Hemd an jetzt, ne? Bisschen VIP-Kack. Glaube ich auch. Ah, ja, Druck. Ah, cool. Da kann man hier die Sachen verändern, okay. Übersee-Investor ist natürlich cool. Du bist eine Miliz. Wo bist du eigentlich? Du bist da oben. Hi. Hi. Eigenbeschuss. Aus. NDS Search and Reeper entlassen. Ausschalten. Oder ausschalten und entlassen kann ich drücken. Geil. Interessant. Steig mal aus. Mal gucken, wie du aussiehst. Ich habe jetzt extra solche Anzüge genommen und so. Ja, du bist so ein kleiner Hipster, aber ist okay. Ähm. VIP-Aufträge. Feindliche Übernahmen. Kapitalrückführung. Liquidation. Stadtrundfahrt. Aha. Feindliche Übernahme. Was ist Feindliche Übernahme? Ja, wie geil eigentlich. Flughafen. Flughafen von Lanzanzanz. Starten. Du bist jetzt der VIP von Triples. Aha. Schaff den Aktenkopf und bring ihn zum Abgabeort. Auf geht's zum Flughafen. Mit Co... Mit Co... Ach du Scheiße, okay. Ich bin der VIP... Du musst mich beschützen. Weil ich den hatte. Ähm. Du schützt ab, du schützt ab. Nein. Nicht? Okay, das ist gut. Ne, zum VIP. Als Schwede. Das habe ich jetzt 100 VIP bekommen. Okay. Der hat einen Koffer erstellt auf dem Radar. Ich habe gerade irgendeine Mission sehr wahrscheinlich gestartet mit VIP. Das ist ganz cool eigentlich. Kannst du da daraus schießen? Nee, ne? Nee, anscheinend. Obwohl. Doch, kann ich. Doch, doch, kann ich. Kann schießen. Sind denn da irgendwie Feinde? Ähm. Bleibst du halt auf dem Dach oder was? Tust du da? Ja, hatte ich jetzt vor. Wie sollen wir denn da runterkommen? Leitern gibt's da. Ja, aber wenn wir Leitern benutzen, dann sind wir uns denn tot. Weil wir da nicht runterschießen können von den Leitern. Okay, sind auf jeden Fall Gegner drin. Ich bin tot. Was zur Hölle? Wie war ich einfach instant tot? Interessant. Aber es geht einfach weiter. Wie viel Teamleben haben wir denn? Vor allem einfach, ich kann sie nicht auto-aimen. Hast du jetzt auch vier Sterne? Ja, ich habe jetzt auch vier Sterne. Ich habe den Kofferträger ausgeschaltet. Hin, 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 hin. Hab den Koffer. Jetzt weg hier. Der steht hier drin. Süßchen, oder? Wir haben uns kurz zwei Koffer abgelenkt. Rein, da, rein, da, rein, da, rein, da. Ja, jetzt ist es zu spät. Egal. Hauptsache, wir kommen hier weg. Alter, Schwede. Ich glaube, der Heli ist dezent im Arsch. Dezent, aber nur. Wir springen gleich raus, ne? Über den Abgabeort oder so. Oder soll ich erstmal die Koffer kommen? Wir versuchen erstmal die Koffer abzuschütteln. Wenn das mal die Koffer schütteln. Wenn das geht. Ja, das ist gut. Ach, scheiße, okay. Ich muss ein bisschen höher. Polizei, Helikopter sind noch hinter uns. Das ist das Problem. Wir haben uns auch gefokust. Jetzt, jetzt kommen wir gerade. Fliegen mit anderen Spielern. 200 RP. 100 RP. Wow. Nee, zum BIP. 100 RP. Nice. Ich glaube, wir hätten... Oh, nee. Blöder Polizeihelikopter, geh weg. Den nächsten von der Seite. Das gibt es doch nicht. Der hat uns schon wieder... Von wo denn? Rechts, 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 links. Ja, ich sehe den rechts. Aber wieso... Der war da nicht in unserem Radius, oder? Ganz minimal entscheidend. Ja, nicht gar nicht. Null, nada. Nicht, dass wir gerade abbleiben. Danke. Ah. Helikopter-Aufbund-Vorne. Dreh rum, dreh rum, dreh rum. Ich bin jetzt zum VIP 100 RP. Echt, lol. Ich kriege gerade gar keine. Da kommt es jetzt. Was zur Hölle? Das ist natürlich nice. Schön viel RP abräumen. Mhm. Das ist sick. Ja. Ja, mit dem VIP kann man sich ein bisschen mehr beschäftigen und so. Das denke ich, man kommt auch in den LPs und so. Ein bisschen VIP-Ballerei. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr gerne am Start... Was zur Hölle? Warum? Wir sind bei mir gerade auf dem Boden aufgerissen. Ja, nice. Ich wette, wir kommen nicht von den... Von den Sachen runter. Wir kommen nicht von dem... Dings runter. Wir werden immer vier Sterne haben. Lassen Sie einfach raussteigen. Bist du rausgeflo... Du bist rausgestiegen, ne? Jo. Nein, jetzt bin ich auch rausgestiegen. Ich habe keinen Fallschirm. Nein, das ist nicht kein Fallschirm. Ich habe abgegeben. Lol, 17.000. Ernsthaft? Das ist gar nicht so unlukrativ. Ich habe auch 17.000 bekommen. Alter, das ist gar nicht... Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ich könnte jetzt einfach noch einen Auftrag machen und so, ne? Ich könnte jetzt einfach hier drauf gehen. Hier. Source VIP. Verwalt. Obwohl, ne. Leibwichter geht nicht. Aufträge geht anscheinend auch nicht. Ähm. Jetzt könnte ich wieder Aufträge annehmen. Oder Herausforderungen oder Fähigkeiten. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch viele andere Sachen, die man noch machen kann. Und man kann auch... Lol. Man kriegt einfach gratis... Gucken, wo der Essen hinliefert. Guck mal, was hinterher steht. Das kriege ich mir einfach gratis. Hahaha. Nice. Ja, aber gut. Das VIP ist an der Zeit so ein bisschen gezeigt worden. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr gerne in die LPs schauen. Da wird auf jeden Fall was davon kommen. Dann sage ich wieder, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.